Am Donnerstag Mittag habt ihr nen Termin, da bin ich im Fernsehen und rede über ihn. Hier dürfen wir halt alle drei so sein, wie wir sind. Das passiert mir nie wieder und zwar nie und nie und nie und immer mehr. Denn ich bin jetzt viel klüger, ich fall nie und nie und nie und immer mehr rein auf Typen wie dich. Vielleicht lag es auch daran, dass wir einfach riesig viel gegessen haben zusammen und uns darüber gefunden haben, großartiges Kaffee trinken. Satz 1 mit der Blonden und ich mittendrin, ich kann es gar nicht fassen, wie wichtig ich bin. Die Schwester auch? Nur meine kleine Schwester hat nichts dazu gesagt, die ist bestimmt voll neidisch, hat nicht mal nachgefragt. Ich war leider blind. Da bin ich aber mit drin, in dem Mix, da höre ich gerade alles. Das Lehramt ist ein Bühnenstück, ich hol mir meinen Teil vom Glück. Nie mehr in Reihe 103, für alle Zeit vorbei. Joachim E war okay, Matthias V war zu genau, Tobias Z war zu nett, auch im Bett. Johannes L kam zu schnell, Andreas aber nie da. Sebastian umgriff ins Klo, doch das hier ist was anderes und jetzt sag ich's klipp und klar. Was machen wir denn jetzt? Hier oben wollte ich immer stehen, hier oben können mich alle sehen. Ich würde nie von selber gehen, es ist einfach zu schön. Ich weiß genau, dass du's bist, warst lange verschwunden. Ein Blick von dir, ich bin daheim und mir ist alles egal. So einen kalten Kaffee, Macchiato, Lester, Dich. Ja, ist klar. Dann hat er die Ecke, das ist sicher. Uh! So machen wir es gleich. Du meinst mal, das sei. Nein! Bist du da und du liegst in meinen Armen? Nur du und ich, die Welt um uns wird klein. Denn wir zwei... Und ihr seid euch auch sicher? Ja, auf jeden Fall. Wir sind schwarz, rup-blond. Es ist einfach zu schön. Ich auch nicht. Bin ich dabei? Ich hab doch jetzt die Schuhe noch nicht an. Scheiße. Nee wirklich, sonst wär's schön. Mach doch die Appen auch, dann siehst du die Sonne, sie schallt. Hey, das ist toll. Ich will schlafen. Wie geil ist das denn? Also ich weiß auf alle Fälle, dass es sehr gut für die Nerven ist und dass es heute nicht die Sonne ist. Ich begrüßen Sie Niki, Juli und Steff und... Ich weiß genau, dass du's bist, ich hab dich gefunden. Ein Blick von dir, ich bin daheim und mir ist alles egal. Schön, dass es endlich soweit ist, für immer gebunden. Du ziehst am besten bei mir ein. Jetzt grüß mich doch mal. Jetzt grüß mich doch mal. Es gibt zwei Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020